hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft vize beast schlag den opa nein revelation und ja die letzte folge habt ihr gesehen es fehlt uns an allem es geht alles schief es geht irgendwie gar nichts im moment so im metall her machen auf geht's interessiert mich ein scheißdreck ich brauche jetzt ich brauche jetzt ja auch das das ding ist 84 fothek aber egal ja gut opa hat das ding die folge schmissen das heißt wir dürfen jetzt mal keine energieauswahl haben die zuschauer die letzten folge gesehen habt ja das müssen wir ganz kurz schauen das ding hier ist wie voll 6 6 6 das werde ich mit auf die agenda schreiben ich werde zu jeder zu jeder folgen beginnen werde ich diese kiste voll machen ist mir egal wie viel fehlt ja ich genau so gute idee und dann lass uns losgehen ich habe 27 ja genau das system im fackel mit dem system bedienlich was haben wir 98 facken sind im system jetzt ohne scheiß oder was ist mit 22 so was du fackeln ich sollte vielleicht auch ein stick ich hatte noch in der tasche rutscheiß was hab ich jetzt gemacht was hast du gemacht ne alles gut ich dachte ich habe scheiß geworden ok aus dem fackeln das sind so nicht scheiß mir doch vollkommen egal stopp 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 reisbrot 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 dann lass uns mal auch guck mal wie schön das aussieht hier hat ein dach gebaut dann hat er das denn gemacht anfang der das war das erste was ich gemacht habe bei der ersten bei der letzte folge warte mal bevor du weitermarschierst sollen wir nicht hier am fahrstuhl schacht runter graben bis auf höhe 0 dann ist die folge wieder vorbei und wir kommen wieder zurück weil ich kann das kann man halt nicht man will dann lass uns zur höhle gehen so ich habe meinen hofer ausgemacht der ist bei mir nur eingeschaltet wenn ich noch was ich brauche aber ich glaube die höhe ist eigentlich schon so ziemlich ausgeschlachtet ich weiß nicht ob wir hier überhaupt noch letzter und ernst finden so wir waren jetzt irgendwo ja hier geht es da wo du gerade langläufst da geht es zu dem loch für dingens auf welcher höhe sind wir jetzt hier das ist höhe 12 11 gut dann würde ich sagen so komm her einer da einer da ach so ich sollte vielleicht mal die fackeln an der hand sitzen wenn es auch anders machen wo nehme ich nicht den hammer warum habe ich noch kein hammer weiß ich nicht weil ich dir das sollte demnächst ein wasser ja ja jetzt rückst du musst du noch aber was du hast gefunden ja wie viel drei bis jetzt nur drei und diamanten diamanten sind eigentlich ich möchte es jetzt nicht sagen noch mehr redstone gefunden aber diamanten sind mittlerweile eigentlich wir haben so viele ist das ist eigentlich schon fast unwichtig nein diamanten brauchen wir noch für andere produktion auch noch ja aber wir haben keine ahnung oder diamanten oder so was mittlerweile der curry der holt ja auch die was aus ja stimmt der curry zerstörte bedauerlicherweise nur das redstone erz das ist genau ich muss aufpassen dass ich das redstone erz nicht abbaue nein wenn du bist du erst gefunden hast sag mir bescheid dann komme ich und bau es ab ah hab doch mir redstone gefunden lecker 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 auf meiner spitze ist noch kein haze drauf fällt mir dazu ein aber ich meine auch nicht noch mal habe ich da okay da habe ich auch kein das ist eine große redstone aber nicht gefunden habe habe ich auch noch gar kein modifier frei für ich habe jetzt 14 mit stone ich habe jeden anderen schätze noch kein redstone ich schlage es sowieso vor dass wir auf jeden fall nicht also in erster linie versorgen wie die weste und ich habe schon wieder gefunden und ich würde sagen ja und wenn wir dann jetzt habe ich auch redstone ich komme zu dir du musst einfach nur einmal hier rüber buddeln weißt du wo bist du denn hinter dir hinter dir alles da oh was eine mickrige ader was das war schon sowas das waren nur zwei stück na toll dafür würde ich gar nicht rüberkommen brauchen äh doch 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 trotzdem weil in den schredder schmeißen lohnt es sich auch trotzdem oh jetzt auch diamanten bei dir oh nicht wenig diamanten ganz und gar nicht wenig diamanten schöne dicke ader in deinem tunnel ja ich weiß so was ist das also resonating resonating so ich würde auch sagen dass ich jetzt hier vorne mal rüber zu dir grabe dass du weißt wo du denn auch umdrehen darfst ja oh ok ja hat sich gerade erledigt weil hier kommt nämlich gerade ein ein see mit diamanten das heißt du musst bis zum see graben und dann darfst du umdrehen ja ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen was frei damit du siehst wo ich dann halt bis zu welchem gang ich gegangen bin und wo da wo ich dann halt wieder zurück geh also das heißt ich geh jetzt hier ne ich geh hier zurück redstone gefunden wie eine dicke ader und du gehst dann oh ne richtig dicke ader redstone äh redstone geil der wieso hab ich so viel glück mit redstone noch nicht ja ich hab auch redstone hier ich bin gleich bei dir dann kann ich das ja grab einfach durch das ist dann auch deine nächste ader wo du dann durch aber graben musst hier wird es dann ich lege jetzt gerade frei wo du nicht damit zurück arbeiten darfst problem soll ich dir wenn ich den hammer basteln soll ich da kupfer drauf haben dass du auch xp sammelt beim abbau ja gut also genau da wo das redstone ist da musst du dann wieder rein ja gut du bist jetzt eh gleich da ich warte noch kurz oh gold dann kann ich nämlich schon mal meinen ganzen scheiß hier den ich habe mal in ender pouch schmeißen meine tasche ist voll ja genau deswegen schmeiße ich gerade das zeug in ender pouch rein ach ja die ender pouch habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht richtig das ist so ein geiles teil oh ja gleich zack hoch die macht es einen ungemein einfach richtig gleich mal ein bisschen hoch schicken wieder das zeug ich glaube ich könnte kupfer gebrauchen mir geht der hammer langsam uah ja oder kobalt ich habe nichts von meiner anerleden ich habe weder kupfer noch kobalt in der tasche hoppala was hin ich habe hier ein kleines flüssiges midstone aber ein kleines malheur oh hier ist noch viel ach du scheiß hier ist noch viel mehr warte mal ach das kann ich doch abbauen ich habe doch behutsamkeit bist du ok hehehe dann kannst du die diamanten hier vorne auch gleich mitnehmen ich habe drei nächster steveleis restern hier da ist noch was flüssiges hast du noch ein eimer ne ich hatte nur ein eimer dabei gehabt müssen wir es auf dem rückweg holen moment mal ich habe doch nö ich habe zwei eimer ja perfekt lecker 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 was haben wir nun leckeres hier weißt du was lustig ist dass mein magnet die ganze scheiße einsammelt nicht alles meint auch ein aber wie ich sehe nicht alles so kommen wir augenblick hier ist noch was und hier ist noch was ich bin dabei wir nehmen das auch mit so dann gleich weiter hier vorne hier ist also hier ist mein tunnel wo ich dann jetzt reingehe in den und das ist dann hier gehst du dann rein also hier jetzt wo das wird es soll ich graben genau hier gehe ich jetzt rein und du müsstest dann dann haben wir müsste so das hier wäre dann das hier wäre dann haben wir doch sozusagen das ist das wo du reingehst so vorher musst du ganz kurz hier mit her kommen so einmal bitte die diamanten hier noch hinten rausholen oh und dann hast du dann sämtliche aufträge die ich für dich hatte abgegrast abgegearbeitet genau dann kannst du wieder der normalen arbeit nachgehen so die kohle nehme ich auch noch mit weil aus kohle gewinnt die sek will auch diamanten das ist eine dicke kohle aber hier ah fuck jetzt war ich zu langsam was passiert auswählen heute schon abgebaut ah passiert also einmal in den tunnel bitte reinkommen ja ich bin soweit ich habe den tunnel abgegrast keine richtig dicke aber wenn du soweit bist dann nochmal nach dem redstone weiter auslaufen da ist dann noch eine diamant da bei dir? ja auch in meinem tunnel hier drin ja ich sehe gerade redstone und diamant so haben wir nicht genug redstone für die ganzen orchideen so haben wir auch genug redstone und für den schredder ich glaube du kannst hast du die diamanten schlapp gebaut? ach diamanten hast du auch gesagt ja wenn du die diamanten abgebaut hast die da gleich bei dir kommen dann kannst du gleich die reihe weiter nach hinten durch gehen da ist die nächste diamantader ja auch eine relativ dicke diamantader ja stopp was hier ist ein dungeon irgendwo dungeon? ja definitiv komm mal hier zu mir ja ich hab hier auch was in ja hier ist auch eine höhle wo ich gerade will hörst du das? ne warte mal das da ja ja dieses äh zombie kröle da geh mal machen wir hier ein bisschen weiter raus ne der zombie ist hier ne da links hier ist der alte tunnel ne gehst du dich jetzt da hoch? ja aber da ist nichts dann muss es hier sein warte verschwinden um die kohle zu zerstören da kommen so schöne diamanten raus in einer gewissen wahrscheinlichkeit oh oh ah hier ich hab's hier vorne sind sie schön ah saftsack schwimmen ach man sollte auch äh ja ne hübsche dungeon kommst du denn her? ein zombie villager ist tatsächlich kein dungeon nein nee so wie es aussieht tatsächlich nur eine Höhle aber ich muss jetzt erstmal hier ein klein bisschen ausleuchten ok diamanten hier ist alles wieder drin ok hier haben wir erstmal wieder ein bisschen was zu tun kam noch nicht dazu meinen eigenen tunnel zu graben ja kannst du vergessen oh hier ist auch noch eine red orchid die auf die äh auf redstone wächst oh sehr gut auch selten aber möglich hier ist ein abbauhelfer ja ich höre es ok das wird äh interessant werden also das tunnel system hier ist ein bisschen größer ja das ist ziemlich groß sehe ich auch gerade hier hier sind stone rock bienen ja ich bin jetzt erstmal gerade dabei ein bisschen auszuleuchten hier waren wir schon mal ich bin an einem tunnelschacht angekommen da waren wir schon mal ja aber wir sind die nicht eingegangen äh nein oder in welchem tunnelschacht bist du denn hier ja nein da geht es zum ausgang bist du dir sicher da geht es zum ausgang warum woran erkennst du das weil da hinten fackeln sind die wir früher mal gelegt haben nein die fackeln setze ich gerade also ich laufe gerade durch die quergänge hier überall hin und setze einfach mal ein paar fackeln wir waren die noch nicht ja ja ich laufe jetzt hier gerade quer durch die ganze hülle lang und setze fackeln ach du schau ok ist doch ein dungeon doch ein dungeon ja ich habe ein dungeon schön schön ok dann setze ich mal hole ich mir mal einen spawner wow ich habe mich jetzt verjahnt jetzt los in der moment wo ich dann in dem moment wo ich den dungeon den swan abgebaut habe sind etwa 15 äh skelette geswarned so was hat schon lange nicht mehr geklappt aber ich habe mich mal wieder verjagt aber so richtig das heißt du hast deinen spaß klingt als hättest du 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 hä ach hier sind Bienen verdammt jetzt ist mein Inventar woher das schöne an der ganze geschichte ist es ist ein skeleton dungeon klingt als hättest du die ganze reißt du ja glaube ich ab ne ja 20 iridium charts 20 iridium charts ordentlich alter ja sollst du mal dann vielleicht abreißen und mitnehmen was wo mitnehmen ja so dann gehts weiter kurz morgens wieder äh fackeln meine fackeln sind leer ja ja ich wie gesagt ich setze jetzt erstmal hier überall fackeln lang damit wir hier unsere ruhe haben what äh was bist du denn ein golem wow fuck fuck warte ich komme ich komme ein ancient golem ich brenne du siehst doch ganz gesund oh nicht die Viecher ich hasse die ja wir haben als ich als ich die relations erst mal gespielt habe haben die mich an die ich habe echt kopf zerbrechen bereitet ja ja ich weiß so mein erstes ding verknüpfen alles voll hier habe ich mich verlaufen wo man so war mein erstes ach du scheiße hier hier war es hier war alles voll mit redsorn gut ja das wird auf alle fälle mit der höhle hier noch ein längerer spaß werden wird es auf alle fälle nickel ist auch noch hier wunderbar hier silber brauchen wir zwar nicht haben wir mehr als genug aber lieber haben als brauchen brauchen nicht haben oh hallo und weg ihr sagst wo bin ich einfach da bin ich eingefallen ok gut hier ist noch wird es noch zu viel ja oh mein spiel hat sich gerade aufgepflanzt da kommt spiel hat sich hier eingeprägt so er hat vielleicht ein hängulin shit hätten wir ja eigentlich mal ein paar dings mitnehmen können wir was mitnehmen wenn wir schon die runden sind ein paar feuerzeuge ich habe feuerzeuge dabei sehr gut ich bin für diese individualität gewappelt ich bin für diese individualität gewappelt so das da mitnehmen oh lapis ein ganz seltenes gut definitiv nicht so abbauen ich komme gleich zu dir das war zu spät die information habe ich auch wieder nicht dran gedacht ja kann man nicht ändern ok also round about 5 minuten haben wir noch also hier müssen wir auf jeden fall dann definitiv nochmal reingehen in die höhle ja ich glaube auch weil die höhe ist sehr groß und weitreichend ja gut aber die höhe wo ich gerade bin die ist ausgekundschaftet hier ist nichts mehr ja also hier ah meine spitzhacke hat sich gerade auf akku mischt akku stoned geupgradet ah wunderbar bei mir auch ne ernsthaft bei mir war es noch drecksviech ey verpiss dich doch einfach kack ich hab schon wieder so scheiß gut in mir wenn du Hilfe brauchst du ich bin auf dem Weg wenn ich jetzt wüsste wo der hin ist hallo ja ich bin bisschen ich bin auf höhe 16 ok ich bin ich bin in der sackgasse warte ich komme hoch hä wo ist der hin der gute bis weg der die spawnt anscheinend gehen wir hier rechts runter aber da ist er wie das war alles ja ich hab ja schon ordentlich also hier unten muss das mal abholen da wie viele gerade nur ein kurz einige klatschen schon war er weg ja ja ich hab ja schon einiges ich war jetzt sogar ein bisschen obsidian wäre auch nicht verkehrt aber das ist ja das wasser mal gestoppt werden wasser ist gestoppt und dürfte gleich bei dir auch aufhören eigentlich wollte ich den einmal einfangen damit ich da unten die labe auflöschen kann nö achso hier ist auch noch Whetstone wenn du da hinten hochkommst musst du mal rechts rum da ist auch noch Whetstone äh äh gucken ok wir gehen schneller weil geschenkt ist obsidian das ich nicht kriegen ja das problem ist halt wohl lieber solzern ab ähm wir kommen nämlich jetzt in zeitschwierigkeiten wobei wir theoretisch eigentlich noch eine folge hier unten verbringen könnten würde ich auch fast sagen 6 6 ungefähr pro folge verbrauchen war wobei das würden hier wahrscheinlich noch 10 20 folgen werden so hier geht es auch noch weiter hier hat es sich gerade gelohnt lange zu warten um 9 blöcke gleichzeitig an obsidian abzubauen da ich hab die mauste schnell losgelassen weiß ich nicht losgelassen jetzt dürfe ich von vorne kloppen äh hat sich nicht gelohnt ist verbrannt ooooh seit langem mal wieder zertus gefunden zertus quatsch auf der höhe eigentlich nicht ja gut ich bin jetzt auf höhe 33 höhe 33 ok höhe 33 ok höhe 23 ok höhe 36 ok höhe 26 höhe 26 höhe 26 höhe Ich habe auch Zertusquats gefunden. Nicht so abbauen. Der Schredder holt mehr raus. Oh, drei Endermänner. Ja, klatschen. Ja, aber hier sind noch zu viele andere Viecher. Das wird... Wollen wir mal gucken. Ich habe noch mehr Zertusquats gefunden. Wunderbar. Weil du hast dich in einer der letzten Folgen beschwert, dass kein Zertusquats da ist. Richtig, wir brauchen ganz dringend Zertusquats. Ich weiß zwar nicht mehr, für was das gewesen ist. Da müsste ich tatsächlich noch mal in die Folge reinschauen. Ich habe eine endlose Ressourcenkelle gefunden in dieser spezielle Tempel. Welcher Tempel? Mit diesem Block in der Mitte, der die endlose Ressourcen bringt. Den habe ich gefunden. Ich muss mal kurz gucken. Was macht der da? Kenn ich anscheinend. Du klopfst Stein in der Mitte und du kriegst alles Mögliche daraus. Wo bist du denn? Komm hier hin lang. Hier bin ich. Hier. Ach, da. Hier hoch. Hier hoch. Und hier rein. Okay. Ich klopfe meine mittleren Stein, siehst du? Kann man das Ding abbauen und mitnehmen? Nein. Aber das Ding geht ab. Auch leer. Das hält nicht ewig. Das heißt, wir können jetzt da nebenher so drauf rumprügeln. Richtig. Bis das Ding leer ist. Ach so. Das ist also nicht. Das ist aber nicht endlos. Nein. Es ist nicht endlos. Das heißt, irgendwann ist das Ding leer und dann war es das. Dann war es das. Aber guck mal. 2. Das geht ja relativ zügig hier. Ja. Würde ich auch sagen. Die Behutsamkeit meiner Picke bringt sowieso nichts. Weil die Items kommen daraus, wie ist der Entwickler eingestellt hat. Warte mal, ich klebe jetzt mal mein Maus fest und geh mal mir was zu essen machen. Okay, ich werde mal ganz kurz mal ein bisschen was an Ärzten nach oben schicken. Weil anscheinend beide Inventare voll sind. Ja, ich guck mal bei mir nach. Mach einfach weiter. Ich schick das Zeug weg. Mach einfach weiter. Ich muss einfach meine Sachen auch... Ja, ist ja egal. Wenn mein Inventar her ist, sammle das jetzt trotzdem auf. Okay, ich mach weiter. Einfach weitermachen. Oh, ich dachte jetzt wäre es leer. Mal gucken. Wie lange das ist? Ich habe gerade gedacht. Das sind nämlich random authors, wie du siehst. Wie lange dauert sowas? Keine Ahnung. Aber so eine gewisse Anzahl hat das Ding schon. Wir werden merken, wenn das Ding leer ist. Aber, weißt du was? Ja. Das werden wir nicht mehr in dieser Folge erfahren. Nein. Ich würde sagen, liebe Zuschauer, ich höre jetzt auf zu klopfen. Ja. Liebe Zuschauer, wie es weitergeht. Und ob wir diesen Astral-Tempel leer kriegen. Das werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.